Guten Morgen Taliban! Teletali, winke, winke! Ach, 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 wieder neuer Tag im Land von Teletalis. Heute wieder gucken aufs Fenster und geh runter. So, na, Hauswand fehlt ist noch mal. Ah, Taliban haben eine neue Hauptstraße gebaut. Sehr gut, sehr gut, waren fleißig, fleißig, fleißig. Hier, Schweine und Schafe sind Freunde, Freunde von mir. Ich wohne schon lange hier in diesem Haus. Ich weiß nicht, wem es geh... Oh, ach, bin ich gestolpert, naja. So, wieder nach oben. Hallala, hallala, gut, jetzt hier rein da. Und jetzt gucken, Blume hasse ich, ich hasse Blumen. So, eigentlich hasse ich alles Leben. Ich hasse alles, auch das Haus hasse ich. Eigentlich hasse ich alles. Hass ist meine Religion. Hass Schafe hasse ich. Und diese Tür hasse ich. Und diese Kisten hasse ich nicht. Weil... Da sind interessante Dinge drin. Das ist wie morgens zum Bäcker gehen. Einfach eine Knarre holen erstmal. Um die Nachbarn zu begrüßen. Und dann gehen wir gleich zur Tierfütterung. Moment, erstmal hier alles zurechtlegen. Das muss auch noch mit. Und dann geh ich erstmal Tiere füttern. Das gehört sich für einen guten Talibanesen. Erstmal morgens die Tiere füttern. So, wer will Futter? Du willst Futter. Hm. Blaue Bohnen sind gesund. Und ernähren Rind und Hund. So. Noch jemand? Jemand Hunger? Du hast Hunger. So. Die Tiere. Die Tiere leiden nicht. Die kommen hinterher alle ins Paradies. Denen geht's dann gut. Da warten dann 30 Schweine, die ich hier gleich hinterher schicke. Frühstück! Der talibanistische Bauer gräbt jeden Morgen das Feld um. Und Unkraut jäten. Und jetzt gehen wir mit dem Schildschirm. Da Mélenби vorliegen. Der schildschirm wieder ab. Die juiste ich habe. Ihr seht. Schildschirm. Vielen Dank.